hey leute sie mir hier und so und zwar spielen wir heute die also ich das heute wieder eine mod wir spielen heute die lissabon mod ja ja also der hintergrund schon richtig cool also wundert euch nicht ich hab die mod gerade das erste mal gespielt bevor ich jetzt aufgenommen habe ich kenne mich noch nicht so aus weil die fahrzeuge als eine zum beispiel jetzt angenommen die lk sondern die haben da ihre ganz eigene nahe und ich weiß noch nicht was das ist ich weiß dass ein dlk ist das weiß ich schon bis jetzt ja heute nämlich mal nicht so spät auf heute ist es erst vier uhr also 16 uhr ich warte bei meinem bei einem rtw funktioniert die sirene nicht deswegen darf ich den nicht da darf ich nicht die sirene anmachen weil sonst habe ich ein problem mit fraps die mod lädt auch gar nicht lang man ist weihnacht neu in zwei tagen weihnachten und an dieser stelle möchte ich auch mal meine beste freundin grüßen die sich das wieder garantiert anguckt geld ich hoffe zumindest ich muss mal die boxen ausmachen klack sonst gibt es ein störgeräusch wenn das handy so nah am schreibtisch liegt das liegt ja immer kann ich jetzt schlecht zeigen vielleicht nicht mal facecam macht auf jeden fall ja ich grüße sie ich krieg von ihr auch ein weihnachtsgeschenk ich weiß ja schon was es ist es ist sogar schon da aber ich darf nicht auspacken nicht aus das sind zwei tagen auspacken tut mir leid dass ich euch damit jetzt nerven aber es ist halt leider so so es geht los so wenn ich jetzt gleich sehen was sache ist jemand ist richtig rick rick der geil hier es fängt abends an um 0 0 0 0 0 also man hat eine fette map mit fett mit fett vielen fahrzeugen das hier ist ein buggy fahrzeug seht ihr also wenn ich jetzt dieses fahrzeug hier nehmen hier kann ich zum beispiel parken drücken dann kann das fett ist traffic accident attend ebenso kraft ist ein zeit den wochen nein 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 m ja hier da das kann man nicht irgendwie zur basis zurück schicken dass fett ist hier rein achtung links nee ok traffic accident alter leck mich fett also also die fahrzeuge sind richtig cool, die haben auch andere Sounds um die mal das richtig leicht einzufügen. So, den hier, der hat keinen Sirenen-Sound deswegen nehm ich den nicht. Nehm den hier und den hier. So, und jetzt seht ihr hier schon. Was ist was? Ja, ne? Hier haben wir nochmal ein paar kleinere Bilder, die kommen von der Wache hier unten, glaube ich soweit ich weiß. Deswegen nehm ich jetzt den hier. Es ruckelt ein bisschen, die Mod ist aber auch relativ anspruchsvoll. Ich weiß gar nicht, jemand dieser Ambulanz hier auswählt, sage ich jetzt mal. Achtung, richtig cool. Richtig cool, dann haben wir den Krankenwagen. Polizei. Feuerwehr. Das Blau-Licht ist auch anders als bei den anderen Fahrzeugen. Ich hab, dafür hab ich extra Text schon eingefügt, ne? Der Rettungswagen fährt ein bisschen unrealistisch, aber... Äh, der, der, der NEF. Deswegen wird er hier jetzt auch nicht weiterkommen. Also hier trifft jeder aufeinander. Ja, gut, die Mod ist jetzt nicht so bugfrei, aber welche Mod ist das schon? Leise. Ja, ist das angenehm. Fahrzeug 21. Nein, kein Problem. So. Mal steigen. Hier habt ihr, das gehört, die Tür. Jetzt holt ihr mal die Schere. Ich schneide den jetzt aber noch nicht raus. Ich... Bleibt die Scheiß... Bleibt die Scheiß... Zwischen da. Was ist grad der hier ernst? Was macht die da drinnen? Alter, manchmal könnte ich echt so kotzen, man. Sowas geht richtig auf den... Keks. Hier packen wir ein bisschen um, dass der hier auch noch ein bisschen stellen kann. So, dann stellen wir raus. Das hier ist die Notärztin. Das ist irgendwie immer eine Ärztin, bis jetzt was. Das hier, der Typ, kann zum Beispiel auch eine Schere nehmen oder so. Das sieht aus wie ein Fiat. Ist es ein Fiat? Nein. Doch, doch. Das ist... Weiß ich nicht. Die Schere sieht auch richtig cool aus. Es ist fertig. Gleichzeitig. Auf der Fall muss man leider Gottes noch selbst holen. Yes. Alter, es ist... Es ist grad... wirklich der hier ernst. Weißt du was, hau ab. Verschwindet aus meinen Augen. So, dann lassen wir den hier auch noch einsteigen. Fahrzeug 46, hört. Umfeldbeleuchtung... kann ich dich grad aus dem... aus dem Rettungswagen holen. Äh, aus dem NEF holen. Okay. So. Da ist der Abschleppwagen. Der hat irgendwie nichts für Sonderes oder so. Kann ich das jetzt... Oh, ja. Oh, super. Na, wo ist er? Hier. Aufnehmen. So. Einsteigen. Fahrzeug 35, hört. So, gleich kann der weg. Jetzt hat... Ciao. Mit V. Hier ist sogar Dissau. Wahrscheinlich. So, da kommt der Abschleppwagen. Schwimmen wir ein bisschen vor, dann haben wir das auch geregelt. Ist das grad dein Ernst? Fahrzeug 48, hört. Da ist doch grad nicht die Feuer... Oh, nein. Oh, nein. Der hätte ja ganz einfach... Ah. Äh, die Ambulanz ist am Krankenhaus angekommen. Irgend... Die Mod ist noch richtig schön buggy, also... Ja, mhm. Aha. Natürlich. Normalerweise fahren die hier hinter. Huch. Fahrzeug 35, hört. Ah, die Mod wäre wahrscheinlich, wenn sie nicht so buggy, wäre viel cooler noch. Ich weiß nicht, was ist sein Problem. Fahrzeug 35, hört. Das hat echt Probleme, der Typ. Nein. Fahrzeug 35, hört. Meine Fresse, ist das so schwer. Ja. Someone hat eine Störung geführt. ok Notarzt werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, weil das sind gute Rettungsanitäter also nicht, dass es sonst keine gibt, aber also es ist unglaublich dass es sonst keine guten gibt, aber hier tiefe Art, nein gleich, dass du wieder lebendig bist das ist unglaublich die Umfeldbeleuchtung ist gut ok so ist das jetzt, wir brauchen jetzt ein Kofferchen finde ich richtig cool, so hat er, ok dann ups, wo ist sie denn, unsere gute Dame hier kein Problem der kann, schau, dass er alleine kann es wird schaffen na, so vielleicht hast du eine scheiß Kameranummer in der Hand und filmst einfach irgendjemanden zu wissen, dass das strafbar ist ok und wie geht's ihr so was nicht gut ich glaube, wir alarmieren erstmal jetzt hier ein Rettungswagen, müsste das sein wenn wir gleich sehen wahrscheinlich Fahrzeug 9 hört da was habe ich alarmiert die Feuerwehr da hier, ich kenne mich echt gut mit Lissabon aus und so ihr wisst schon das hier ist aber einer fahrzeug 12 hört fahrzeug 12 hört fahrzeug 12 fahrzeug 12 da ist genug Platz alter fahrzeug 9 fahrzeug 27 hört fahrzeug richtig cool gemacht auch oh yeah und die sind jetzt einfach weg naja aber auch gut hier, ich hätte den gerne alarmiert das ist der A den gibt's hier auch Moment hier ach, das ist der oder? wie war's aus? müsste in der Theorie müssten die sich hier einstrengen sondern hier fahrzeug 13 hört ja ok, dann weiß ich das schonmal du kannst parken fahren nur kein stress oh cool ich finde den richtig cool irgendwie oh ich dachte schon ich hab's kaputt gemacht oh mein gott zu fbs ach ich dachte schon ich hab's kaputt gemacht richtig geil mhm hm ah Fahrzeug 13 hoch ok right away right away right away so hol die Trage raus meine guten ich finde jetzt hab ich gut geparkt fahrzeug 13 hört jetzt könnte ich sogar Umfeldbeleuchtung einschalten ich glaube hier ist übertrieben so ja ja hier nicht rumstehnen alter ok ah dann können die hier schon mal wieder abrücken das machen die schon ok ok Fahrzeug 46 hört ich wollte euch wirklich noch die Manhattan-Mods hängen aber leider äh ist das ja leider nicht möglich leider da diese bei mir nur so funktioniert wenn ich nicht aufnehme Fahrzeug 46 hört abfahren husch ja so wir haben unsere coolen Typen mit der Stretcher hier ich finde die aussehen auch ganz cool aus keine ahnung wie schon wie schon öfter gesagt aber emergency 4 ist einfach das beste emergency kann man nichts gegen sagen meiner meinung nach einsteigen Fahrzeug 13 hört hier äh umfeld ist sogar deutsch umf achso wieso deutsch gibt es auf den gikt in 9 du bleibst jetzt hier dieses klumpe komische kleine dingchen aber dann können die impossible ja dreist wie 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 und je unglaublich sieht man hier die fahrzeuge das soll auch eine ambulanz sein hier das auch moment war was hier die irgendwo hier auch nicht und es war gar nicht bei der mutung kattelichtung es gibt ja noch die river falls modifikation aber die ist ein bisschen umständlich war geil dollar ein da weil ich sehe was ich sehe was ich sehe was du nicht siehst und das ist ein ich bin nicht mehr bei meckes die leuchten doch richtig gerne alter jetzt wartet auch einfach lalala jetzt hätte mal richtig decken wollen dann können wir sich mal gucken der griffe 2 ich weiß jetzt schon dass klar ist es ist da angekommen ich bin nicht die kommen hatten jetzt da verbracht wir kommen jetzt wieder aus der gehalten war wird zurück Böding und Freitag nur so viele auch bei den Schotzerkets 6.5 bei es nicht mehr zufrieden und kasselte es ist ja gut die führten kommen hier hat der ganze löschen zu krank aus ja gut oh man wie ist das spiel so buggy man das macht so echt keinen spaß ok das ist der ja geil da müsste das der sein ne dem da ja fahrzeug 23 hört ok fahrzeug 25 hört fahrzeug 25 hört ok ok who cares so wir sogar kranken brauchen wir jetzt nicht brauchen wir jetzt nicht kranken 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 Fahrzeug 21, hört. Fahrzeug 4, hört. No problem. Fahrzeug 4, hört. Jetzt schon leer. Realismus pur. No problem. So, drei andere bedienen dann hier bitte die Pumpe. No problem. Fahrzeug 21, hört. No problem. Fahrzeug 4, hört. Fahrzeug 21, hört. Okay. Right away. Fahrzeug 21, hört. So, aussteigen und Pumpe beteiligen bitte. Ist ja nett. Ach, hier ist ja. Nein. Fahr, 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 fahr. No problem. Okay. Das war ja wieder raus. Gold, fahr, 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 fahr. Go, from, parts, you can't stop. Reaktion 2,0. Krass. Der wird jetzt explizieren, wenn der hier vorbeifährt. Deswegen schicken wir ihn mal hier hinter. No problem. Wir geben dann auch einen Techniker vom Hals und setzen. Oh nein. Irgendwas geht das Tunnel. Oh shit. Shit, 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 shit. Nein, eben nicht. Oh, die Brüße kommt aber relativ früh. Fahr doch über den scheiß Schlauch drüber, oder nicht? Nö. Ist dem wahr, stirbt ihn nicht. Ja, dann kann ich ja leider nichts machen, gell. Fahrzeug 39. Scheiße. Hat die Scheißpolizei jetzt auch mal geschafft. Die haben nicht mal Warnblinker. Ah, da ist ne Ampel. Fahrzeug 30, hört. Okay. Ja geil, kann ich jetzt umparken oder was? Fahrzeug 30, hört. Alright, okay. Okay. Alright. Ähm. Ähm. Fahrzeug 39, hört. Fahrzeug 19, hört. Na komm. Umdrehen. Ja, weiter, 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 weiter. Stopp. Okay. Okay. No problem. Fahrzeug 39, hört. Fahrzeug 39, hört. Komm, hol die schnelle Motorsäge. No problem. No problem. Okay. Ähm. Aye, aye, Sir. Right away. Ach, ja. Ja. Ich ist bewusst, dass hier noch die halbe Stadt brennt. Right away. Wir haben ja auch kein Wasser getrunken, ne? Nur um die Ecke war ja so. Okay. Wir müssen schön trennen. Alright. Fahrzeug 30, hört. Aye, aye, Sir. No problem. Oh, nein. Fahrzeug 41, hört. Okay. Ist doch so ein, äh... Ich weiß es nicht. Fahrzeug 49, hört. Ja. Der schwarzen Koffer, krass. Right away. Right away. Right away. Okay. Aye, aye, Sir. Right away. Okay. Fahrzeug 21, hört. Fahrzeug 21, hört. Aye, aye, Sir. Okay. Fahrzeug 21, hört. Fahrzeug 21, hört. Fahrzeug 21, hört. Fahrzeug 21, hört. Das hat sich doch unser nicht abgelegter Teil. Okay. Okay. Right away. Ja. Okay. der hier kann wer ist jetzt wirklich komplett leute ich bin ein bisschen der meinung dass ein bisschen unrealistisch feuerlöscher so bewegt euch moment ist nicht zu mitfällen es ist realistisch das ist pur naja hier du ach nee du kannst so ich glaube kommen dass Polizisten in Lissabon nicht einmal Fahrzeuge löschen dann löscht irgendwas blau dunkelblau halt wenn da gelöscht wird kann man sicher die anderen Fahrzeuge nochmal angucken was ist das? Gips na geil Fahrzeug 40 hört was habe ich jetzt wieder getan ich glaube ich habe den Bug gefunden beim zocken zumindest letztes mal wenn ich jetzt hier den alarmiere dann fährt das Fahrzeug nämlich ohne die los fahrzeug 29 hört ok Fahrzeug 29 hört krass huch sieht das auch oder bin ich jetzt behindert da hat es doch gerade geblinkt hier cool 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 fahrzeug um dass fahrzeug 37 hört fahrzeug 37 hört schnitz Wofür hat das hin? Achso, achso, wenn ich jetzt hier auf Install drücke. Hier ist es also die Sicherheitswaffe hier. Ah, cool. Fahrzeug 49 hört. Fahrzeug 49 hört. Wie wieso steht da ein Fahrzeug einfach so rum? Achso, ich vergiss nur, dass da Ampeln sind. So... So... Understood. Okay. No problem. Right away. So... Alter, leck mich fett. Lecker mich fett. So... Alter... Alter... Nein... 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 Na gut, dann können wir die Straßensperre hier definitiv schon mal auflösen. Fahrzeug 30 hört. Ah, Lichter aus und dann hier hinfahren. Jetzt fertig. Fahrzeug 30 hört. So... So... Klima Entwarnung. Sicherheit. Fahrzeug 30 hört. Ah... Nehmen wir bei, steig rein. Fahr mal hier hinter. Copy. So... Komm, schneller. Achja... Und... Dinge hier kann ich auch schon mal holen. Schleppern? Yes. Ich hab' mir was gesagt. Ich hab' mir was gesagt. Geile Sache, Alter. Okay, und wundert euch nicht, ähm... Wegen... Wenn das Video heute früh hier oben ist und... Also, wenn das Video heute oben ist halt auf jeden Fall auf meinem Kanal. Aber dafür die, ähm... Rom-Mod zum Beispiel später kommt. Obwohl ich da Sachen sag, die aktueller sind. Wundert euch nicht. Ich hab' einem Freund versprochen, dass ich die hier zuerst hochlad. Und die nehm' ich ja später auf. Ah, lieber ja. Bin ich dumm. Schau mal. Krank in Haus. Finde ich cool gemacht. Hey, die treffen alle drei gleichzeitig an. Ja, gleich. Yes. Pinz. Ganz ruhig. Wobei ich das hier denn eher richtig feier. So. Scherre holen. Äh, äh. Na, geil. Okay. Fahrzeug 12 hört. Fahrzeug 12 hört. Ok. Also, ich find' die Fahrzeuge auch richtig cool. Von... Oh Gott, ich habe es geschafft. Ich sage, jetzt kommt kein Kanteinsatz mehr. Fahrzeug 20, hört. Kein Problem. So, Abgang. Auch. Fahrzeug 19, hört. Okay. Fahrzeug 19, hört. Fahrzeug 39, hört. Nur fehlt einer. Oder waren die nur so besetzt. Fahrzeug 39, hört. Äh, ähm. Mein Entschuldigt nur so wenig besetzt. Also nicht vollkommen besetzt. So, dann haben wir hier noch. Hier. Fahrzeug 21, hört. Alright. No problem, right away. Okay. No problem. Genau so, ablegen. Nein. No problem. Okay. Fahrzeug 4, hört. No problem. Alright. Okay. No problem. Alright. Okay. So, kannst auch wieder abreisen. Fahrzeug 21, hört. Alright. No problem. Fahrzeug 21, hört. So, abfahren. Fahrzeug 4, hört. Abfahren, so, und jetzt müssen wir uns hier mal rumkümmern, sonst kriegen wir langsam ein kleines Problem. Fahrzeug 25, hört. So, hier, Rettungsschere. Okay. Schon besser. So, könnte auch schon tot sein. Ist vielleicht besser, wenn du da stehen glaubst, dann. Okay. Okay. Entstanden. ein cooler typ so ich denke nach dem einsatz machen wir auch schluss was ich finde richtig geil wenn es die fahrzeuge noch ein bisschen besser fahren würden dann wir die mod perfekt ja junglich dann bleibt der schutzmann übergang zu So, genau, hier schon vorbei. Aufladen. An dessen könnt ihr die hier aufladen. Parken gehen. Aufladen. Einladen. Richtig, könnt ihr natürlich sagen, auch. Also, Tim, das ist jetzt für dich. Da du die Worte ja sehen wolltest, wie sie so ist, habe ich sie dir jetzt gezeigt. Was zur Hölle? Fahrzeug 25 höher. Ich dachte schon. So, da ist er. Jetzt noch mal das Ganze. So, und... So, damit haben wir dann alles abgeschlossene. Ohne. hier ja so ich hoffe ich kann mich nicht ein Eindruck über auf die Mord geben ja kein Eindruck geben wie die Mord so ist Prozent ich hoffe ich hat's gefallen da steht hier alles so da wie vorher Prozent und ja was ist hier los der Report zur Böse treten die Beksempfzeichen der Weih kranker und Nahrungsmittelvergiftung das machen wir jetzt noch schnell so was schicken wir da wir schicken den Notarzt was schicken wir noch äh A B E ok das heißt nicht ich hab den hier geschickt mehr hab ich nicht ich hab einen von dem oh was ist das Fahrzeug 9 hört Fahrzeug 11 hört Fahrzeug 11 hört Fahrzeug 11 hört Fahrzeug 11 hört Fahrzeug 18 hört genau mach das mal schnell da ist der Notarzt ah ne da oben ist der Notarzt so ist so ist ist der Notarzt ich hasse dieses Headset so sehr Fahrzeug 35 hört Fahrzeug 35 hört Fahrzeug 35 hört So So Trage holen So So Ähm Fahrzeug 18 hört Ich hab nen Bug wo er sagt Geil Egal Der hier kann dann hier mit fahren Fahrzeug von Parken fahren Nimmst den mit Das ist aber wirklich der letzte Einsatz Ist Irgendwie so ne Hostage Situation kommt noch dann Machen wir das auch noch Nur um euch zu zeigen wie es mit der Polizei ist Die Polizei hat hier keine Waffen Ich weiß nicht ob das in Lissabon so ist Oder nicht I was Nee Ahja Warnblinker 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 In der Fahrt So So Ja Dann würde ich sagen Ich hoffe ich kann nicht Eindruck von der Mod verschaffen So Ich find die Mod richtig cool Dann würde ich sagen Haut da rein Euer Semiger Ja